Ja, jetzt ist es aber auch so, das waren zwei Dinge, die wir jetzt eben gerade gesehen und gelernt haben. Jetzt ist es aber auch so, dass die Leute ja nicht immer genau von vorne, genau von hinten kommen, sondern von der Seite. Und das zeigt euch Jens mal, was er da machen würde. Ich bin der Böse. Also, wir machen das mal ganz langsam. Der Schwitzkasten. Der Schwitzkasten. So, ich nicht. Darf ich es mal probieren? Ja, gut. Also. So, hier würde ich dann schon die Nase mitnehmen, weil die Nase ein typisches Organ ist. Ja, das merke ich. Weil hier die Nervenpuppe zusammenlaufen. Dann ist es einfacher, dann muss man mit dem Finger arbeiten. Und das geht von beiden Seiten. Das ist völlig egal. Ob ich so oder so komme. Das ist völlig egal. Ja, gut. Ja, das kann man ja zu Hause nehmen. Kann man eigentlich, eigentlich kann man das nur ein Kumpel üben. Ja. Wenn man sich das jetzt hier so einkommt und sagt, komm, wir machen es nochmal langsam. Also, ich mache es nochmal langsam. Ich bin der Böse. Ich nehme den jetzt. Aua. Oh, jetzt hat er mein Ding. Also. Und so kann man sich befreien. Danke. Bis zum nächsten.